Der Berg ruft! Wir gehen jetzt gleich auf den Berg da oben drauf. Da liegt sogar Schnee! Now we're connected and... ...we're going to fall into the sea! Also, wir sind jetzt hier immer noch in der Gondel. Paul sieht aus wie ein verrückter Professor. Ich bereite mich vor! Und hinter uns ist Sophia. Oben angekommen mit der Gondel. Und jetzt geht's hier hoch. Okay, letzte Etappe. Da oben ist die letzte Liftstation. Richtig schöner Schnee. Jetzt sind wir wirklich oben. Bobo hat uns Köfte gemacht. Die sagen hier dazu mehr See. Irgendwie so essen und trinken gleichzeitig. Das machen wir jetzt. Toll! Gut für Bier! Gut für Bier! Gut für Bier! So, Paul muss natürlich wieder an den höchsten Steinen klettern, den es gibt. Das ist echt gigantisch hier oben. Ich habe mich oben auf den Sessellift gesetzt. Echt? Oh nein! Kamera! So, wir haben es geschafft. Wir sind sauer erschöpft. War ganz schön anstrengend. Alle Muskeln tun weh. Ich leib die ganze Zeit hier und irgendwie so dieses Scheiß-Geräusch. Und dann stehe ich so auf. Upsi! Wir sehen uns, dasselbe. Witzig! Wir sehen? Wir sehen uns, um, an einem Weg, einen Weg bis dahin. Wir sehen uns, um. Das war's für heute.